Luftwärmepumpen heizen auch bei minus 15 Grad, weil das Kältemittel in der Wärmepumpe noch bis etwa minus 40 Grad Celsius Wärme aufnehmen kann. Wenn es draußen sehr kalt ist, dann friert die Wärmepumpe auch ein, weil die Feuchtigkeit aus der Luft in dem Verdampfer einfriert und sich Eis bildet. Die Wärmepumpe merkt es dann und taut automatisch den Verdampfer ab. Dann können Sie wieder ganz normal heizen, bis die Wärmepumpe wieder zugefroren ist und dann beginnt der Zyklus von Neuem.